hallo leute und herzlich willkommen zurück bei let's play final fantasy 10 hd remaster und hat fünf sekunden titel ausgesprochen und nun sollen wir wenn ich mich nicht ganz ins ab gehen von dem wir schon ein bisschen was gehört haben eigentlich gar nicht mal so viel aber wir haben schon mal gehört dass es existiert ich bin natürlich den falschen wutzelweg hochgegangen guado salam klein aber gemein oder so ähnlich dass der bützchen ist ein geweihtauer art mit keiner ärgerung ist es ok ein einzig wichtige vielleicht auf dem weg sind acht blitzkugeln versteckt wenn ich damit blitzbeispielen könnte wäre mein gegner sehr schnell blatt ich wäre der einzige gewinner also about this far plane when somebody dies a summoner sends them to the far plane right so their souls or whatever they are they go to the far plane right but that's the far plane we're going to right and you know his old man's there too do dead people live there or something hmm ich meine ich führe das jetzt schon eigentlich furchtbar ganz todes schreie in anführungszeichen aren't you coming i do not belong there mm-hmm you're scared searching the past to find the future this is all that is there i need it not you better be going you're not really going to see the dead more like your memories of them people think of the relatives and the pyreflies react to them they take on the form of the dead person an illusion nothing else hmm well have fun what you're not going either riku i keep my memories inside memories are nice but that's all they are wahre worte na gut dann lassen wir die zwei mal da und gucken uns das ganze an schöner wabbel effekt und so aber allein wegen der hintergrundgeräusche ich da nicht eingehen weinern nur weinern nur was da Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie waren alle so glücklich. Wenn ich den Sinnen verletzte, würde das alles glücklich machen, würde das nicht? Ich muss alles machen, was jeder will, nicht nur was ich will. Wir gehen zurück. Du musst sagen Seymour. Vor dem, nennen Sie Sir Jack. Gib ihn ein Mal. Nicht Angst, er wird nicht kommen. Ich versuche nicht zu denken über meinen alten Mann, macht mich zu denken über ihn, natürlich. Sie hat gesagt, er ist nicht hier, weil er nicht tot ist. Er ist Sin. Das bedeutet, er ist vivo, du wisst. Was, wenn mein alten Mann wirklich Sinnen ist? Was würde ich sagen, Yuna? Heck, uh, zu allen in Spira. Wait, warum sollte ich ihn auch nicht mehr verletzen? Ich würde ihn nicht mehr sehen. Was machte du ihn so verletzen? Alles, was er machte mich einfach schuldig. Es war seine Schuld, dass ich und meine Mutter... Ah, ah, Mom? Es ist sie. Sie ist sehr schön. Aber... Aber... Wait... Noen hat sich niemals die Senden für sie gemacht. Sie muss erzurem die Todes, während sie noch immer wiederholt. Whoa, da! Das ist meine Mutter, die Sie sprechen. Oh, ich bin sorry. Hm. Es ist okay. Ah. Ich denke, ich habe einfach... Ich habe etwas herausgefunden. Was? Warum ich mein altes Mann hate. See? So habe ich ihm gesagt, was ich dachte von ihm, da ist er. Was? Really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, When a love bird dies, the one left behind, it just gives up living, so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. But really, my old man... But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. I'd go to him. He'll cry if you don't. Oh, man. Hmm? I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well? Need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Jiskel! Lord Jiskel! He is Lord Jiskel no more. Send him now. Talk later. We leave now. What was that just now? That really Lord Jiskel? I don't understand how a man like Lord Jiskel can die and not be sent. I would think that he was sent once. But he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Schockierend and so. I mean... Okay, to give it to me, it would be like a city would be like, oh, I haven't eaten the Lasagna yet. And all that. Oh no, I don't mean anything special. I will go. I will go. Meet with Maester Seymour. Yuna! Jiskel is the Guado's problem, not yours. Jiskel is the Guado's problem, not yours. Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat Sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down, the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. Hmm, I just don't get it. Immer diese Blitzballer, die an mir vorbeirenne, das macht mich, Kira. Oh man. Alles nicht so cool. Ich muss wieder an dir vorbeiren. Dig it. Oder so. Wie komme ich denn immer an dem vorbeirenne und dann doch nicht? Das ist merkwürdig, ist das merkwürdig. Ich bin bereit geboren worden, so zu sagen. Und jetzt suchen wir unsere Leute, quatschen sie einmal an und gehen wieder. Oder so ähnlich zumindest. Man kennt's ja. Man hat eine ganze Party, man redet einmal mit denen. Instatt, äh, hat man für gewöhnlich den Trigger-Gesetz so weiterzukommen. Wow. Guado-Potions, gut. Buy some before leaving. Und da habe ich auch wieder das Gefühl, die Leute wussten nicht, was ich mit mir machen soll, weil... Guado-Potions sind Potions wie alle anderen Potions. Also, eh. Wenn wir hier rauskommen, müssen wir über die Thunderpläne gehen, du weißt? Klingt nicht so, als wäre sie scharf drauf, mit die... ...DONNER-Stöffel zu gehen. Aber guck mal, ist das halt so. Äh... Hm. Fehlt eigentlich noch Lulu und rein theoretisch Yuna. Ich meine, Lulu steht hier? Listen, if Yuna gets married, then I... What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. See? But, if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? Uh, you're not making much sense. I know. Lulu? I've talked enough about that. What? I'm sorry, just forget about it. Jeez, grumpy. You'll understand one of these days. I just don't want to give it words, not yet. Ich sollte das nicht sagen müssen, aber nicht in Liebe mit ihr. Ich verstehe, aber... Du musst deine Gefühle innen halten, bis die Pilgrimung vorbei ist. Kanonisch? Kann man das so? Jedenfalls, sorry, technisch keinen Sinn. Wir wissen, wer mit wem will, sozusagen. Das ist halt, ne? My, war die Frau der Summoner nicht mit dir? Nein, sie ist in Seymours' Platz. Das ist Maester Seymour, oder Lord Seymour. Oh, ich werde vorsichtig sein. Entschuldigung. Das ist alles klar. Oh, Maester Seymour hat Guado Salam ein kurzer Zeit vor. Du bist ernsthaft? Ich glaube, er ging zum Tempel in Makalania. Maester Seymour ist auch der höhere Priester des Tempels. Woah, ich muss den anderen erzählen. Die Keineineinein Erachtung, Herr Zizke? Ich könnte mich, was ich tun, um zu helfen? Yuna, wir gehen! Sie sagen, Seymour ging nach Makareina-Temple. Makalania-Temple. Ich? Was ich nicht verstehe, ist, warum der Lord Maester geht nicht ohne jemanden? Vielleicht er nicht erwartet Yuna so schnell. Ah, das ist wahrscheinlich es. Yuna, was ist es? Oh, nichts. Hm. Du bist ein Schmerz. Es ist wahr, es ist nichts. Komm, wir gehen. Oh nein, wir sind hier. Oh nein, wir sind hier. Wie müssen wir das? See the Lightning Rod Towers? The Lightning is drawn to them. Hopefully. Wir gehen nach Nord, nicht zu nahe, nicht zu nahe von den Towers, ja? Das bedeutet, dass wir die Wärme örtlich sind. Ah! Ich glaube, ich habe etwas vergessen in Guadalaslam. Schön, zu wissen, dass du. Okay, okay, ich gehe. In der Gandalf-Donner-Steppe kann es vorkommen, dass Kommi vom Blitz getroffen wird. Niemand weiß, wann und wo die Blitze einschlagen. Da sollte man nicht regelmäßig losherum stehen. Unterhalb von Blitzableitern steigt der Blitz nicht ein. Man sollte stehen zu Schutz. Laufi, laufi. Stehe, stehe. Wenn hier noch kein Blitzableitern in der Leer ist, kann man mit X Blitzeinschlägen ausweichen. Dazu muss man in dem Moment, wo der Blitz aufleuchtet, X drücken. Und ich habe auch X drücken. Könnte allerdings gefährlich sein. Haben sie viel Freude. Eine angenehme Reise. Bevor wir jetzt allerdings tatsächlich eine Reise unternehmen, will ich nur noch zeigen, dass das Bruderherz jetzt noch mächtiger geworden ist. Mit Angriff plus 10, Nässe schlagen und durchschauen. Durch die Cutscene. im Abyssum. Damit wissen wir also nun eigentlich nichts Neues, aber worum es halt wirklich ging, ist eben ein bisschen bessere Waffenauswahl. Dazu ist es für Kommi eine gute Waffe. Es sei denn, wir finden Gegner, die Nässe total gut finden, weil die Gegner werden sich nicht davon beeindrucken lassen. Die sind da so ein bisschen so Oh cool, noch ein bisschen was zu klatschen. Das finde ich gut. Und wir so, ne, du sollst das nicht gut finden. Hör auf damit. Äh. Also. Äh. In Anführungszeichen. Eine gute Sache. Ich meine, das gibt viel, viel. Äh. Power-Ups mit mehr Stärke etc. Aber, äh. Äh. Da muss man damit aufpassen. Naja. Und beim nächsten Mal, nachdem ich jetzt meine gesamte Gruppe wieder aufgeputscht habe mit den Leveln und immer noch viel zu wenig AP hat, werden wir uns aufmachen durch die besagte Donnersteppe. Und ich wünsche euch bis dahin allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und Tschüss. Und das war's mit Final Fantasy 10 HD für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei meinen Patreons Pan und Snow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist euer Outro. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.